Dieses zu veräußernde Vierzimmer-Einfamilienhaus steht in Winhöring. Das im Jahr 1953 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über zwei Parkplätze. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 270 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 140 Quadratmetern. Das Haus steht für 239.000 Euro zum Verkauf. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Das Haus steht für 239.000 Euro zum Verkauf.